Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder im Pet Simulator X. In dem Video zeige ich euch die neue, schnellste Methode, wie man so schnell wie möglich Diamonds im Pet Simulator formt. Ich habe gerade eben alle meine Diamonds auf die Bank gepackt, bin jetzt frühstücken gegangen und habe jetzt schon wieder 2,15 Millionen Diamanten. Warum? Weil ich die Grand Heaven Chess farm. Aber ich farm die Grand Heaven Chess nicht irgendwie, weil, ihr seht's, hier sind nicht meine Dark Matter Pets dran. Ich sammle jetzt nochmal ein paar Sachen hier auf. Mh, lecker, lecker, lecker. Das Schöne ist immer, wie viele Loot Bags jetzt immer unter der Kiste sind. Das Geheimnis liegt bei den Loot Bags. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine besten Pets equippe und die da ransetze, kommen da keine neuen Loot Bags raus. Nur die, die schon drin sind. Ich könnte jetzt hier einfach mal reingehen und dann die Loot Bags, die hier drin sind, einsammeln. Schön. 51.000 Diamonds mal wieder eingesammelt. Easy. Aber, wenn man, wie gesagt, diese Pets hier ransetzt, kommen keine Loot Bags raus. Weil Preston hat das gebalanced. Der dachte sich, haha, sowas lasse ich nicht mehr zu. Wenn man die Dinger zu schnell abbaut, dann gibt's gar keine Loot Bags. Tja, was ist, wenn man sie langsam genug abbaut, aber trotzdem schnell genug abbaut? Und das geht mit den Jelly Aliens in Gold. Ich hab's auch schon versucht mit Blue Fluffies in Gold. Da hatte ich aber das Gefühl, dass da nicht so viele Loot Bags rausgekommen sind. Deswegen, ich glaub, mit den Jelly Aliens geht das ganz gut. Wenn ihr andere Pets kennt, mit denen das noch schneller geht, um Loot Bags zu sammeln, dann sagt mir gerne Bescheid. Ihr seht, es geht relativ schnell, die Kiste abzubauen, aber noch langsam genug, dass trotzdem Loot Bags rausdroppen. Und das ist einfach das gesamte Geheimnis, wie man möglichst schnell möglichst viele Loot Bags sammelt. Da kommen wieder welche rausgedroppt. Ich kann die Pets wieder ransetzen, kann die einsammeln. Natürlich kriegt man nicht jedes Mal viele Diamonds. Hier waren jetzt keine großen Loot Bags dabei. Also, nichts Besonderes. Aber ab und zu sind da ja die ganz großen Loot Bags dabei, die einfach 100.000 bis 200.000 Diamonds manchmal mehr bringen. Manchmal kommen auch Geschenke raus, die dann auch noch Booster bringen. Das lohnt sich richtig. Also, wie gesagt, ich habe jetzt in so ungefähr 20 Minuten Frühstücken 2 Millionen Diamonds gefarmt. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass da gerade nur noch diese kleinen Dinger rauskommen. Das ist aber leider auch eine Methode, die man nicht so leicht AFK machen kann. Ich habe das heute Nacht AFK versucht. Beziehungsweise, ich habe es zuerst gestern nach dem Livestream. Was heißt gestern? Wenn ihr das Video seht, vorgestern nach dem Livestream habe ich das versucht. Da habe ich mich hier... Warte, ich zeige euch das einmal. Ich habe mich hier unter die Kiste gestellt, weil ich wollte alle Loot Bags automatisch einsammeln. Zeig, zeig, zeig. Lass mich rein. Please, lass mich rein. So, dann stand ich hier drin und habe so halt AFK gefahren. Die ganze Zeit hatte ich Autoklicker an, der halt die ganze Zeit die Pads ranklickt, dass die mal wieder herangesetzt werden. Das Problem ist, die Kiste, die fällt nicht immer gleich runter. Und manchmal landet die mit so einer Kante, weil wenn ihr seht, wenn ich hier an den Rand gehe, gehe ich nach oben. Manchmal landet die blöd auf dir drauf, dass du dann wegflinkst. Und dann bist du außerhalb der Map und tot und dann sammelst du gar nichts mehr ein. Und das ist mir halt gestern passiert. Da habe ich dann auch nur 500.000 Gems eingesammelt, bevor ich halt praktisch tot war. Über Nacht habe ich das Ganze dann nochmal versucht. Da stand ich dann hier vor der Kiste und habe die ganze Zeit geklickt. Das heißt, ich habe die Lootbacks nicht automatisch aufgesammelt, sondern hätte danach nochmal hingehen müssen. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass wenn ich über Nacht farme, ich ja irgendwann gegen 5 Uhr morgens immer rausgekickt werde. Also weiß ich, wie viele Lootbacks hier rumlagen, wie viele Diamonds ich nicht bekommen habe. Einfach nur, weil Roblox bei mir gecrashed ist vorher. Naja, ihr seht auch, wenn ich hier genau in der Mitte bin, sammle ich trotzdem kaum Lootbacks ein. Ich kriege die Lootbacks, die genau in der Mitte liegen bleiben und das sind ja auch die, die ich haben will. Ich nehme jetzt mal das Hoverboard ran, weil dann kann ich schnell rauskommen, wenn die Kiste abgebaut wurde. Los, lass mich raus! Lass mich raus! Ah, okay, und jetzt kann ich die Lootbacks hier außen wieder einsammeln. Leider keine richtig großen Lootbacks mehr, aber trotzdem immer noch... Ja, immer noch eine gute Anzahl an Gems, die ich jetzt bekommen habe, in den paar Minuten, die ich das jetzt aufnehme. Und wenn dann mal einer der großen Lootbacks droppt, boah, dann ist Jackpot. Ich glaube auch mit den 2 Millionen war ich ziemlich lucky, weil ich ziemlich häufig die großen Lootbacks hatte. Aber so ist das, manchmal ist man lucky, manchmal ist man weniger lucky. Ich meine, das hier ist doch auch gut, aber alle paar Sekunden, keine Ahnung, wie schnell baue ich das Ding ab. 30 Sekunden brauche ich, kommen ein paar Lootbacks raus. Man kann schon damit rechnen, dass ich in 30 Sekunden um die 10.000 Diamonds save mache. Und ab und zu kommen halt diese Special-Säcke raus, die einfach 100.000 Diamonds bringen. Und das gleicht dann alles wieder aus, dass es sich richtig, richtig hart lohnt mit den Diamonds farben. Ich habe das Ganze auch schon an anderen Chests probiert, ich habe es mit anderen Pets probiert. Victor hat mir gestern gesagt, ich soll das halt mit diesen Jelly-Aliens machen. Und, ah, guck mal, da kommt ein Geschenk. Das heißt, ich habe jetzt auch mal ein paar Booster bekommen. 2 Triple-Damage-Boosts, auch immer gut, wenn man die einsammelt. Und hier noch mal so einen Sack. Oh, diesmal waren da keine Diamonds drin. Das ist immer schade, wenn keine Diamonds drin sind. Also das ist nun mal das Leben. Ich finde es auf jeden Fall sehr rewarding, sehr pleasing, hier die Sachen einzusammeln. Oh, da ist ein großer Sack. Bitte mit Diamonds, bitte mit Diamonds, bitte mit Diamonds. Ah, wie schade, keine Diamonds drin. Das hätte sich so lohnen können. Naja, sammeln wir trotzdem ein. Ah, mittelgroße Säcke. Mittelgroße Säcke sind auch immer schön. Weil das sind dann immer mal so um die 10.000 Diamonds drin. Und den kleinen dann auch immer mal so 2.000 bis 6.000. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Und wenn ihr das Problem habt, dass ihr die Loot-Säcke nicht so gut einsammeln könnt, weil da landen ja ständig welche unter der Kiste. Um die Loot-Bags einzusammeln, die genau unter der Kiste liegen. Ähm, natürlich nah an die Kiste rangehen. Ein bisschen kommen die ja zu euch. Guckt, wenn ich in der Nähe stehe, kommen die zu mir. Aber die, die genau da drunter sind, die kriegt ihr nicht. Aber guck mal, die, die hier so ein bisschen drunter sind, die kriegt man tatsächlich ein bisschen besser, wenn man hier so ein Stückchen hoch geht. Guck mal, jetzt habe ich wieder welche eingesammelt, die ich vorher nicht bekommen habe. So, und jetzt sowieso. Und wenn ich hier näher rangehe, jetzt sind hier keine mehr nah genug dran am Rand der Kiste. Das heißt, die nächsten Dinger, die muss ich dann halt kriegen, indem ich mal mit dem Hoverboard hier rein speede und woop, einsammle. Perfekt. Dann muss ich gleich wieder raus. Und ja, Leute, das ist momentan die schnellste Methode, um Diamonds zu farben. Das ist auch noch schneller als die Methode mit dem Present und den schlechten Pads mit Diamonds 5 Verzauberung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auch, die Diamonds auf die Bank zu bringen, wenn ihr schon genug Diamonds hattet, um euch einen Bankaccount zu erstellen. Weil ihr kriegt die Zinsen dort täglich. Und tägliche Zinsen in Höhe von, ja, 0,1%. Klingt zwar nicht nach viel, ist es ehrlich gesagt auch nicht, aber im Vergleich zu den Zinsen, die man bei einer echten Bank bekommt, ist das eine Menge. Bei einer echten Bank kriegt man ja 10% dieser Zinsen, wenn man überhaupt Zinsen bekommt. Die meisten nehmen ja inzwischen Verwahrentgelte. Und das auch nur pro Monat oder quartalsweise oder pro Jahr. Das ist gar nicht mal so schön. Und hier ist eins drunter, kann man dann einsammeln, indem man näher rangeht. Und wir sammeln uns das Geschenk ein. Ich hoffe, ich kriege so einen Triple Coins Boost. Das wäre nice. Wo ist das Geschenk? Habe ich das jetzt nicht eingesammelt? Oder ist das Geschenk wieder hier drunter gewandert? Manchmal, manchmal, diese großen Geschenke ist mir auch aufgefallen. Die laufen manchmal hin und her. Da, okay, warte, hier ist so ein Sack drunter. Den sammle ich noch ein. Dankeschön. Jetzt muss ich mal drunter gehen, weil das Geschenk ist ja noch drunter. Lass mich ran an mein Geschenk. Please, please, lass mich rein. Please. Wie lange noch? Okay, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Und welchen Boost kriege ich? Triple Damage Boost. Yeah. Macht auf jeden Fall Spaß, den Lootsäcker einzusammeln. Ist ein gutes Feature, das Preston hinzugefügt hat. Und damit sind Diamonds jetzt auch wieder ein bisschen besser available. Apropos available. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe heute noch gar nicht meine Daily Rewards eingesammelt. Und da sind ja auch immer 100.000 Diamonds drin. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Der schnellste Weg, um an Gems zu kommen, ist die Daily Rewards zu redeemen. Ja, Mann. 200.000? Oh, Preston hat es doppelt so hoch gemacht. Das kriegt man 200.000, wenn man the best ist. Das finde ich auch gut. Und dann ist so eine Kiste. Randa. Und da gab es keine Lootsäcke, weil ich die Kiste zu schnell abgebaut habe. Schade. Kann man nichts machen. Aber wenn ihr übrigens solche Pets euch gar nicht leisten könnt. Ihr könnt theoretisch auch an schwächere Chests gehen. Wie zum Beispiel, ich sage einfach, ich nehme jetzt einfach mal hier. Gehen wir mal zu den Portalen. Wir gehen mal zu Ancient Island. Hier gibt es ja diese Ancient Chest. Die geht halt relativ schnell abzubauen, auch wenn ihr noch ziemlich neu im Spiel seid. Und ihr seht, das bringt mir gar nichts mit diesen Pets. Hier brauche ich viel schwächere Pets. Und ich gucke mal, was für schwache Pets ich hier brauche. Man braucht halt Pets, die schwach genug sind, dass es doch noch eine Weile dauert, abzubauen. Also die hier würden mir gar nichts bringen. Ah, die hier sind auch zu stark. Keine Ahnung, ich könnte es mit hier solchen Sachen hier versuchen. Wie schnell sind die? Oh, das könnte vielleicht zu schnell sein. Mal gucken, mal gucken. Die Sache ist, jetzt habe ich auch nur zwei Pets rangesetzt. Und zwei Pets bringen nicht so viele Lootbacks wie 15 Pets oder 18 Pets. Aber doch, da kam gerade ein Lootback raus. Seht ihr, jetzt habe ich die Dinger gemacht. Und wenn ihr es schafft, das so zu balancen, dass ihr ungefähr diese Patchstärke habt, die ich jetzt habe, mit mehr Pets auf einmal, dann kriegt ihr auch mehr Lootbacks aus dieser Kiste raus. Jetzt kamen hier zwei Lootbacks. Die ist natürlich nicht das gleiche, wie ich eben gezeigt habe. Aber keine Ahnung, wenn ihr... Ich habe halt gerade nichts Besseres im Angebot. 49 plus 47. Also sagen wir mal so 80.000 Pets Stärke kriege ich nicht hin, wenn ich hier... Oh Gott. 80.000 Pets Stärke kriege ich nicht hin mit solchen Pets. Aber trotzdem rüste ich jetzt einfach mal solche Pets aus. Nimm das da weg. Und meinetwegen das da noch mit rein. Please. Mal gucken, ob das was bringt. Wenn ich da jetzt viele schwache Pets ransetze und ein Pad, das in der Lage ist, das Ding schon abzubauen. Gucken wir mal nach, ob da jetzt mehr Lootbacks rausdroppen. Man muss immer experimentieren, was sich am meisten lohnt. Ja, das dauert jetzt aber schon lange. Vielleicht versuchen wir es gleich nochmal bei der Vulkanen-Chest. Wie heißt die nochmal? Die heißt, glaube ich, Vulkan-Chest, oder? Gucken wir gleich mal. So, machen wir es mal so. Und... Okay, das bringt es nicht. Na gut. Gehen wir mal zur Volcano Area. Wo ist denn die? Hier. Dafür sind meine Pets hier natürlich jetzt wieder zu schwach. Äh, zu stark. Selbst wenn ich das da wegnehme, werden die zu stark sein. Oder doch nicht, hä? Presse die Chests stärker. Ach nee, ich hab ein 37.000er Dino. Und das ist eine 49-Millioner-Cat. Oh. Darauf hab ich nicht so ganz geachtet. Na gut. Dann, ähm... Hohe ich mir vielleicht kurz mal ein paar Pets, die gut genug dafür sind. Aus der Fantasy-Welt. Weil ich will schon Pets, die Overkill für die Kiste sind, aber nicht zu Overkill. Sagen wir mal ein paar von denen hier. So, das sollte reichen. Jetzt gehen wir wieder zum Volcano. Nehmen hier drei Pets raus. Das, das und das. Und nehmen dafür dann, äh, die drei gehedgten Pets rein. Das, das, das. Hm, passt. Ah nee, das hat wieder Millionen. So, 1.000, 1.000. Nicht blöd für... Ah nee, der wurde automatisch ausgerüstet. Alles, tamam. So. Ah, ich baue immer noch so langsam ab. Dann viel... Dann brauche ich doch noch ein besseres Pet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die Volcano-Test wäre noch ein bisschen schwächer. Das ist immer schwer zu balancen, wie gute Pets man braucht. Nehmen wir hier von drei. Hm. Hm. So, die werden jetzt schon besser sein für die Volcano-Area. Please. Und please geh jetzt einfach. Mach, mach einfach so, wie ich möchte. Danke. So. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier. Hier. Und wo ist der andere? Wurde ja schon wieder automatisch ausgerüstet. Bin ich dumm. Ähm. Ja, scheinbar. Habe ich Auto-Delete an? Ne, ich habe Auto-Delete nicht an. Na gut. Müssen wir damit leben. Ich baue die Kiste einmal ab und gucke, wie viele Loot-Backs hier rauskommen. Ich meine, jetzt geht es eigentlich ja von der Geschwindigkeit. Dauert ein bisschen lang, wenn wir ein paar mehr von diesen goldenen Pets dort aus der Fantasy-World haben, würde es dann wieder ungefähr genauso schnell gehen, wie mit den, ähm, Jelly-Aliens hier. Na, wir gucken einfach mal nach. So, und gleich haben wir es. Vier, zwei, eins, null. Und doch, hier kommen wieder gut Loot-Backs raus. Also, ihr könnt selbst an der Vulkan-Chest, äh, Loot-Backs bekommen, in einer guten Menge, wenn ihr halt die richtigen Pets dafür habt. Und ihr braucht Pets, aha, zwei super Lucky Boots, perfekt. Ihr braucht Pets, die schwach genug sind, dass es doch ein bisschen, also dass es schon ein paar Sekunden dauert, bis man die Chest abgebaut hat. Aber die stark genug sind, dass es nicht zu lange dauert. Das da ist ein bisschen zu schwach. Wenn ich aber jetzt mehr von diesen Pets hier hätte, und die kann ich mir ja easy holen, und die könnt ihr euch bestimmt auch easy holen. Wenn ich mehr von diesen Pets hätte, würde es viel schneller gehen mit dem Abbauen, und ich würde trotzdem noch ziemlich viele Loot-Backs bekommen. Und wenn ihr dann zu starke Pets habt und merkt, ihr kriegt keine Loot-Backs mehr, dann nehmt ein Pad weg. Oder er setzt ein Pad durch ein ganz, äh, sehr schwaches Pad, und dann kriegt er wieder mehr Loot-Backs. So einfach ist das. Ich möchte jetzt einmal zu den Upgrades gucken. Vielleicht hat Preston ja, äh, Loot-Back-Rage hinzugefügt. Please? Nein, hat er nicht. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Übrigens, äh, Roblox Victor hat mir gesagt, dass ich die VIP-Array jetzt auch lohnen soll, dass man da inzwischen auch wieder gut Diamonds bekommen kann. Würde mich interessieren, aber ehrlich gesagt, ah, bin ich da so zwiegespalten, ob sich das wirklich lohnen würde. Oh, ich kann ja auch mal das Giant Present abbauen. In der Tech-World. Da hinten ist das Giant Present in der Tech-World. Okay. So, gemischtet Pets. Wie schnell bin ich mit Abbauen? Ein bisschen zu langsam kann ich ein bisschen bessere Pets nehmen. Nehmen wir einfach mal hier von ein paar weg. Hier ein paar rein. Die drei dann auch noch raus. Die beiden hier auch raus. Und dann vielleicht zwei hier von rein. So. Geht immer noch nicht viel schneller. Kein Problem. Dann nehme ich vielleicht doch noch einen hier von raus. Und so einen rein. Dann muss das ja mal balancen. So. Und jetzt sollte die Geschwindigkeit passen. Jetzt dauert das nicht zu lange. Dauert immer noch ein bisschen. Na, gucken wir mal, wie viele Diamonds wir hier rausbekommen. Kann man sich ja immer mal gönnen. Abgesehen davon kriege ich jetzt meine Tech-Coins zurück, die ich ausgegeben habe für die Pets. Oh ja. Hm. Ich liebe Loot-Backs. Ich liebe Ultra-Lucky-Boost. Sehr gut. Ich liebe die Loot-Backs. Hm. Gleich kommt der letzte Drop. Please, der letzte Drop. Ach, wie schön. Leider keine großen Loot-Backs. Aber immerhin. Ein paar Diamonds gab es auf jeden Fall. Gut. Kann ich eigentlich was aus der Dark-Meta-Maschine holen? Ne, ich habe da neulich erst was reingepackt. Ich habe, weil das nächste Update wieder dauert, habe ich da irgendwelche Pets reingepackt. Apropos Dark-Meta-Pets. Ich kann ja mal. Kann ich mal? Ja, ich kann ja mal. Ich kann ja mal zur Pet-Bank gehen. Viele Leute fragen mich immer noch, wofür ist die Bank jetzt gut? Da kann man Pets reinpacken. Einerseits, ihr habt mehr Pet-Storage, ja. Andererseits, ihr könnt halt zu eurer Bank, wenn die Bank dann, ähm, ab Tier 2 ist. Unsere Bank ist jetzt Tier 3. Ihr seht, wir haben auch nicht mehr viele Diamonds auf der Bank, weil wir sie gerade eben auf Tier 3 gebracht haben. Und weil, da konnten wir nur 200.000, äh, 200 Millionen Diamonds raufpacken. 200 Millionen Diamonds ist uns ein bisschen zu wenig. Wir werden die Bank, ähm, heute wieder voll machen. Tier 4 ist noch ein bisschen zu viel. Äh, aber eine Milliarde Cap, das reicht uns erstmal. Und 1,7, äh, 0,175% Zinsen ist auch erstmal in Ordnung. Damit können wir leben. Auf jeden Fall, ähm, ich und Roblox Victor haben hier auf Zugriff. Ich habe auch Roblox Felix schon eingeladen, aber der weiß noch nichts von seinem Glück, dass wir jetzt Tier 3 haben und er auch mitmachen kann. Wir packen hier unsere Pets rein, die wir verlosen können. Einerseits, das sind Pets, die wir noch verlosen könnten, weil Mythical-Pets können die Leute immer gebrauchen. Andererseits packen wir hier auch Dark-Matter-Pets rein, aller Sorten. Einfach nur, um die Pet-Collection voll zu machen. Die Pets hat, äh, Roblox Victor da jetzt alle reingepackt und ich werde mir da jeweils von einem jetzt immer einen rausholen. Weil ich brauche die für die Pet-Collection. Und wenn ich dann meine Pet-Collection mit den Dingern voll habe, dann kann ich auch die Pets verlosen, weil ihr braucht die auch für eure Pet-Collection. Ich meine, wer macht sich schon die Mühe, die ganz normalen Pets alle auf Dark-Matter zu bringen. Ich withdraw jetzt 22 Pets. So, dann gucken wir gleich mal, wie meine Pet-Collection hochgeht. Ich hätte vorher auf die Pet-Collection gucken müssen. Ich habe 366 Pets in der Pet-Collection, damit ist sie gerade mal zu 44% gefüllt. Jetzt sind es 386 Pets. 20, äh, der 22 Pets hatte ich nämlich noch nicht drin. Ihr seht, ich habe nicht so hart bei der Pet-Collection gegrindet. Aber jetzt, wo wir die Bank haben, kann ich von Roblox Grind, äh, Roblox Victors Grind profitieren. Weil Roblox Victor, der hat hart gegrindet und er hat diese ganzen normalen Pets hier, wie zum Beispiel diesen Shark alle Dark-Matter gemacht, für die Pet-Collection. Er packt die da rein, jetzt kann ich die für die Pet-Collection nehmen. Ich pack die jetzt auch wieder in die Pet, äh, in die Bank zurück, dass ich die Roblox Felix dann auch noch rausnehmen kann für seine Pet-Collection. Und am Ende hier Deposit. Jetzt depositen wir erstmal so ein Blurred Agony. Hatten wir alle schon. Trotzdem packe ich, packe ich den einfach mal rein. Können die Leute ja immer mal gebrauchen. So, Dark-Matter-Pets, komm hier rein. Oh Gott, und wir haben so viele Dark-Matter-Pets. So, sonst noch irgendwas in Dark-Matter? Nee, ne? Okay, dann sagen wir Deposit. Warte, no. Und ich sage 2800000. So, Diamonds eingezahlt, Dark-Matter-Pets eingezahlt. Jetzt sind wir wieder glücklich. Morgen gibt's dann wieder Zinsen auf die Diamonds, die wir eingezahlt haben. Deswegen müssen Victor und Roblox Felix dann auch mal ihre Diamonds reinpacken, damit wir maximal einen Ertrag an den Zinsen bekommen. Und für solche Projekte ist die Bank sehr nützlich. Wenn ihr natürlich alleine Pet-Simulator spielt, dann solltet ihr nicht irgendwelche fremden Leute auf eure Bank lassen, weil die können euch theoretisch all eure Pets wegnehmen. Für mich, Roblox Victor, Roblox Felix, ist das Blessing, weil wir haben einfach jetzt einen Vorratsspeicher, wo wir die Pets reinpacken können, die wir gerne verlosen würden. Aber normalerweise nehmen die halt total viel Inventory-Space weg. Und den Inventory-Space müssen wir jetzt nicht mehr hergeben. Das ist jetzt in der Bank drin. Finde ich super. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Heaven's Gate und werde dort weiterfarmen. Ich habe ein bisschen stärkere Pets jetzt drin. Meint ihr, das passt oder sind die zu stark? Können wir eigentlich auch nochmal ausprobieren. Schauen wir mal. Ach, die ist schon halb abgebaut. Na gut. Aber doch, das geht von der Geschwindigkeit doch, oder? Ja, da kommen immer noch Loot-Bags raus. Sehr gut. Dann habe ich halt neben den normalen Jelly-Aliens noch ein paar Blurred Axolotl, Rainbow-Jelly-Aliens und einen goldenen Blue-Fluffy drin. Dadurch geht es nochmal ein bisschen schneller und wir kriegen immer noch Loot-Bags raus. Sehr gut. Aber es sind nicht mehr so viele Loot-Bags, oder? Ja, es sind nicht mehr so viele. Vielleicht nehme ich den Blue-Fluffy raus und stattdessen nochmal einen Jelly-Alien mehr rein. Ihr seht, das muss man alles balancen. Ich werde jetzt weiter Diamonds farben, damit ich zum nächsten Update dann wieder genug Diamonds habe, um mir die neuen Mythical-Kits zu leisten. Ihr wisst jetzt auch, wie ich Diamonds farme. Macht es, solange es noch geht. Preston wird das bestimmt bemerken und dann auch bald fixen, weil momentan farmt man damit viel zu schnell Diamonds für das, was Preston sich wahrscheinlich so vorstellt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Oh mein Gott, da ist ein lilaner Sack. Den brauche ich. Oh nein, Augenblick. Den Sack, den brauche ich noch. Schnell, schnell. Please, lass mich rein. Lass mich rein. Please, 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 please. Wie gesagt, mit einem lilanen Band ist immer gut. Jetzt gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Ja. Und es waren keine Diamonds drin. Toll. Na gut. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.